Oh, oh, oh. Fast vergessen. Hm. Was war das? Wo war das? Oh, hab ich mal das richtige Schild? Können wir damit was blocken? Oh, oh. Schlechte Idee. Rückzug. So. Dann können wir den wieder ablegen und dafür einen, den Plus-2-Kwarzring benutzen. Äh. Zauber-Einstimmungen. Das kann weg. Das braucht auch kein Mensch. Richtiges Leben. Ja, komm. Ist doch wurscht. Ich muss ja nur ein paar Schuss wahrscheinlich aushalten von den komischen Alten. Nachher, als ich nicht will. Sind die wieder da? Mein Gott. Das ist ja ganz neu in Dark Souls, dass die Gegner wieder da sind. Zack, weg mit dem Shit. Braucht kein Mensch. Gut. Hm. Bitte mal zwei Schuss. Oh, ist denn ja auch da drüben wieder einer. Ich weiß nicht, ob wir eine besonders gute Abwehr haben, was die Magie angeht. Mann, nehmt das... Äh, wo ist Magie? Da, 65. Oh, 65. 70. Hm. Ach, süß. Ach, guck mal an. Wusch. Ah, das ist nicht special. Ähm. Ja, mit einem rechtsabrechte ich einen Segen verzaubert. Der ist ermöglicht, Zaubermittel sparieren abzuwehren. Zusätzlich mit Blitzgetränk. Ah, hier, ja. Wusch, wusch. Das würde ich jetzt wahnsinnig gerne mal testen. Das muss man probieren. Ach, komm. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Wo sind die kleinen Mistviecher? Oh. Ja, sehr schön. Menschenbild. Ein Menschenbild. So. Falls wir Quatsch machen. Ey. Kommen Sie ran. Oh. Schon mal sehr gut. Ach was. Das ist nicht schlecht. Und es ist auch nicht sonderlich schwer. Verdammt. Natürlich, wenn sie einmal den Arsch beißen, dann wird es schon ein bisschen schwerer. Ach, man kann die sogar zurückschleudern oder was? Tatsache. Das ist ja nett. Das heißt, man kann sich an den Gegner heranstellen und kann ihm dann seinen eigenen Zauberspruch wieder reindrücken. Ja. Finde ich gut. So, was wollte ich? Genau. Wo war diese verfluchte Tür? Die habe ich schon mal gesucht, aber ich bin nicht bis zum Anfang zurückgelaufen. Also, bleibt nur, dass ich sie am Anfang habe liegen lassen. Irgendwas bla bla unter dem Schloss. Und das hier ist ziemlich unter dem Schloss und dahinten ist dann die Höhle. Oder was? Oder wie? Wo ist das? Ist das hier oder ist das da hinten? Irgendwo. Da ist ein Eingang. Da hinten ist ein Eingang. Da kommen wir von hier aus nicht hin. Aber das sieht so eingängig aus. Mysteriös. Ach was. Was ist das denn? Ja, kein Wunder habe ich die Tür nicht gefunden. Hm. Was? Helix, Helibarde. Riesenkriegerkeule. Ach so, den wir da drin gefunden. 60 Stärke. Okay. Sieht übel aus. Pates Speer haben wir auch. Ja. Supi. So. Das da ist die, ne? Helix, Helibarde. Sind wir zu ungeschickt. Natürlich. Was auch sonst. Helibarde mit Helix-Förmigen Griff. Und Doppel der Klinge. Manche erhalten die komplexe Gestaltung für übertrieben. Sie verbirgt jedoch einen Speer im Griff. Der genaue Ursprung dieser Konstruktion ist zwar unbekannt. Deutlich scheint auf der Technik des Untergegangenes Landes Olafis zu berühren. Oder Olafis. Olafis. Okay. Toll. Mhm. Eine Helix-Helibarde. Das ist ein Zweizack. Zweizacken. Zweizack. Ach so. Ja gut. Standard-Helibarde-Bewegungen. Ja. Wusch, wusch. Das ist eine Mischung aus Speer und... Fährt der aus, wenn man sticht? Ach ja. Aber das ist doch nett hier. Wie so ein Stachel. Warum nicht? Weil Schwachsinn. Gut. Äh. Ja. Ja. Dann wollen wir mal weiter. Höher, schneller und weiter. Da hinten irgendwo muss das auch dann sein. Da war doch... Da war doch eine Tür. Sag mal, bin ich bescheuert. Da hinten? Nee, halt da hinten. Oder da? Nee, aber da ist doch... Das ist verschiedentlich im Schacht. Oder was? Oder wie? Oder wer? Kann aber nicht angehen, dass ich die verfluchte Tür nicht finde. Aber das finde ich von... Spontan... Finde ich das nicht schlecht. Sondern gut. Oder muss ich wieder zurück? War das im ersten Bereich? Ah, die ist ja gar nicht das Schloss. Das Schloss ist doch beim ersten. Ey, ich gucke das doch jetzt nicht nach, wo diese verfluchte Tür ist. Ich werde aber eine scheiß Tür finden. Oder was? Oder wie? Dann halt zum ersten nochmal gucken. Aber das ist wahrscheinlich auch nichts, oder? Gab es da hinten links irgendwas? Da war doch die Tür. Wo ist die Tür hin? Naja, vielleicht haben sie mit einem Patch die Tür zugemauert. Das kann natürlich auch sein. Und hier ist nichts. Da sieht man nach links kann man hier nirgends... Das sieht nicht türisch aus. Türisch verwirrend. Aber türisch gut versteckt. Das scheiß Ding. Wir gehen einfach mal zurück durch die Rölle und schießen den wieder in den Rücken. Wie wir es schon ein paar Mal gemacht haben. Leider. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Wenn es nach mir ginge, würde es ja alles ganz anders laufen. Aber wer nicht hören will... Da müssen wir rein. Was war denn da noch gleich? Nehmen wir mal das Licht mit. Umhalten. So, jetzt war es das wieder mit dem Abwehren. Also bitte nicht versuchen abzuwehren. Nicht rollen. Oh Gott. Schießt die alte schon wieder. Lau, Forest. So. Heute haben wir doch auch schon ein paar Mal geguckt. Wenn nicht sogar zig Mal. Äh, was zur Hölle? Ach, hat den Schuss abgefangen. Nicht schlecht. Und ganz schön mutig. Ah, ja. Das war die Glitzerhöhle. Mit dem... Massaker für Umme. Hm. Jeder Kill ist ein... Oh oh. Ist ein Steinchen. Ein Lebensenergie-Steinchen. Ach, der lebt noch. Oh oh oh. Da freut er sich. Aber hier ist auch nichts. Ich... ...werd nochmal irre. Oh, das hat aber reingehauen. Nee, hier ist noch falsch. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. So, jetzt müssen wir versuchen, geschickt zu agieren. Obwohl, wir können die alle auch einfach wegballern. Oh, du hör bitte auf. So ist fein. Der trifft. Oh, oh. Und ich hab's ausgerollt. Ich Idiot. Das war vielleicht schlecht, aber vielleicht gut. Naja. Zeit schinden ist immer ganz gut bei richtiges Leben aktiviert. Umschalten, anzünden. Ja, ich suche immer noch. Irgendwann werde ich finden, wonach ich suche. Oder war das wirklich da hinten? Nicht rollen, nicht rollen, nicht rollen. So, die erwischen wir sowieso von hinten. Dann können wir die nächste... Aber da drinnen wir doch keine Tür, oder... Nee. Ist doch irgendwann in Ruinen dran, oder was? Vielleicht da hinten links. Schnell laufendes... Oh, da sind zwei. Oh, da sind zwei. Okay, okay. Okay, okay. Dann eben doch wieder... Stück für Stück und nicht reinrennen wie Idiots. Naja. Wenn ich 10.000 sehe, dann haue ich dir schön drei Riesen um in der tollen Erinnerung und dann ist auch wieder gut. Dann wird die angepeilt. Oh, verdammt. Oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Spießrundenlauf. Verdammt. Okay, jetzt mal nicht nur Quatsch machen, sondern tatsächlich mal mit Hirn. Oder mit Resthirn. Viel ist ja nicht mehr übrig. Ja. Einmal. Zweimal. Ja, wo war der andere? Kommt der uns jetzt in den Rücken gefallen, oder was? Nö, da hinten sitzt er. Brav. So ist schön. Okay. Da sitzt er rein, oder? Ah. Oh. Verdammt. Jetzt muss ich davor. Ich muss so einen Scheiß wegholen. Natürlich. Die Frage ist, nervt er mich jetzt bis auf die andere Seite? Verdammt. Nervt nicht. Klar, natürlich. Und ich kann es keine fünf Meter weit anpeilen, aber die kann durchs halbe Scheiß levelballen. Dann wirst du mich verarschen. So. Öffnen. Leck mich. Oder war das das mit dem lebendig und tot? Ziemlich tot. Was ist denn da diese beschissene... Oder komme ich erst jetzt zum Chef, oder was? Immer noch verschlossen. Ach, leck mich echt. Muss ich jetzt das echt nachgucken, wie ich hier reinkomme? In diesen Schwachsinn, oder was? Gewehr Zugang zum Thronzimmer unter dem Schloss. Thronzimmer. Oh, Spaß. Natürlich ist es die... ...Chefetage. Steigt hinab in die Erinnerung der Vergangenen. Wie geht das Ding auf? Sesam öffne dich. Boah, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Wie geht das auf? Oder war das eine andere Tür? Hier, klar, andere Türen. Wie viele Türen denn noch? Nö. Gut, muss ich nachgucken. Arschlecken. Da mache ich jetzt nicht mehr lang rum. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Jetzt gucken wir nach dem nächsten Riesenschrott. Wo fehlt noch was? Wir waren im... Ach ja, beim... ...verfolger. Pursuer. Da können wir auf jeden Fall nochmal hin. Das war eine Enttäuschung. Sehr nett. Also wieder hier hin. Diesmal in die andere Richtung gesprungen. Ja, warum denn auch nicht? Was heißt, schon nachgucken? Hm, hm, hm. Ne, wir machen dann ganz normal weiter. Das kann ich mir jetzt wahrscheinlich schenken. Was haben wir jetzt? Prächtiges Leben. Finstere Kugel. Okay. Oh, wir sind lebendig und... Naja. Wird schon schief gehen. Ach ja. Ach ja. Schräge. Was ist das hier? Turok 2? Vielleicht dieselbe Engine von... ...Pock 64. Wundern wird es mich ehrlich gesagt nicht. Denn diesen vielen Belangen... ...wirklich nicht gut. So. Ich werde mal mein Zeichen legen. Vielleicht, wenn wir zum... Oh, das machen wir mal Spaß. Aber vielleicht rufen wir uns hier mit Level... ...was ist hier 150.000. Ähm. Ja, diesmal den großen Speckstein. Obwohl da hinten ist die... ...die Dings, deswegen... Naja. Naja, 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 naja. Naja. Oh, ich glaube... Die Gebäude. Die Gebäude. Das ist Pu вообще nicht. Naja. Und das... Also, ich habe einfach... ...leye... Äh, geradeaus, oder? Hoch. Hier schon erstmal, was hier draußen ist. Oh, ist auch drinnen, okay. Äh, was ist das? Achso, man hat hier irgendwie gefunden. 75, Lauter 70, 95 auf Blut. Und Blutung ist auch gut. Gut, ach Gott. Kein Hindernis. Vielleicht sollten wir im Gebäude erstmal bleiben. Der ist leider aufs Gesicht gefallen. Aber wir haben schon gesehen, die sind, was sagen wir jetzt, geschult. Ja, ne, ist klar. Wieso wurde der jetzt... Achso. Die bekämpfen sich. Oh gut, dann sollen sie das mal machen. Dann gehen wir so lange erstmal nach oben. Bevor wir hier weitergehen. Guck, guck. Äh, sind das die Lappen vom Anfang? Achso, Erinnerung. Ja, bla, hier. Riesen kommen über... Ne. Wie war das, die... Der König ist zum Angriff über... Hörst du mal auf zu nerven? Ja. Den Spaß ließen im Wald, habe ich gelernt. Niemals drauf verlassen, dass sie langsam sind. Ein unscheinbarer Wand. Ach ja, ich kann... Ja, muss mich ja beeilen. Weiß nicht, wie viele von den haben. Vielleicht wieder 10, 8, 7. Wurscht. Wusste ich's doch. Eine unscheinbare. Ja, wie ich das hasse. Auf Zeit... Hä? Fenster ja. Fenster nein. Aber die Säulen waren schon mal gesetzt. Wieso brauche ich dann das Säulen, wenn ich es eh zu maue? Aha. Falle. Ganz schön mies. Au, au. Oh, leck mich am Kittel. Das nächste Mal vielleicht Schild hoch. Dafür haben wir es in der Hand. Das... ...hab ich schon mal gesehen. Das hier ist eine Falle. Dann war ich schon mal hier. Oder ich habe es bei jemand anderem gesehen. Ich weiß es nicht. Die Zeit ist eh gleich um. Ja, genau. So macht das richtig. Äh, Feuersamen bringt nichts mehr. Es sei denn, wir nehmen die anderen nochmal mit ins Repertoire. Obwohl, können wir auch machen. Dann können wir hin und her wechseln. Stahlrüstung ist das hier aus dem ersten. Diese zufällig wieder drin haben. Jo. Kennen wir schon. Standard Stahl... ...äh... ...Klamotte. Hoffentlich ist die schlechter als unsere. Wir nehmen mal die... ...die ist alle aufgepowert. Nehmen wir mal das hier. Stahlhut. Gut. Leichter und in allem schlechter. Finde ich gut. So, schnell nach oben. Oh, ich dachte gerade, kam schon die Nachricht. Zeitdruck. Genau, so macht es am meisten Spaß. Immer auf Zeit. Supi. Puhnl. Feuer, Assi. Wir haben unsere Lektion gelernt. Doch zunächst. So. Oh, die kriegen wir vielleicht sogar direkt weg. Sehr schön. Och, nicht doch, Leute. Hallo. Das scheiß Schild runter. Oder den Schild viel eher. Ja, ich weiß, dass es der Schild ist. So, komm. Schnell noch alles einsammeln, was hier liegt. Ah, verdammt. Der Arschnebel schwindet. Leck mich. Ja, ja. Nervt mich nicht. So, das heißt, oben können wir... Ne, wir müssen wieder hoch. Scheiße. Müssen wir die ganzen... ...die ganzen Lappen da oben wieder machen. Oh Gott, wie ich das hasse. Echt. Finstere Kugel. Von mir aus. Von mir aus. Ne, diese... Achso, ich verstehe auch nicht, was da der Sinn dahinter ist. Es ist auch Zeit, hier zu machen. Warum? Wenn ich eh 50 Mal reingehen kann, wenn es... ...ne einmalige Sache wäre, würde ich sagen... ...ja, ist ziemlich scheiße. Ich muss mich jetzt richtig beeilen. Sonst hat man ein Problem. Aber wenn ich da immer wieder rein kann... ...äh... ...was bringt mir das dann? So, den Shit da hinten haben wir. Weiter geht's. Weiter geht's. So, aufrichten. Finstere Kugel. Aufs Hirn. Ja, natürlich. Hat einen 180 gemacht. Der Drecksack. Aus der Drehung. Das ist ja seine... Ja, war mir doch gleich klar, dass der Spack, der hinten auf uns schießt. Mach dich weg, Junge. So, ist aktiviert. Hier ist aktiviert. Wir gehen hier noch Items. Könnten wir runter. Können wir da hin. Und dann... Und dann noch da. Und dann... Und dann... Ah, ja. Können wir hier wieder runter. Der Dreht da völlig hohl. Und das ist doch. Okay. So, und da können wir runter springen. Und dann da rein. Natürlich war ich hier schon mal. Hab ich das alles echt schon... Oh, ne, halt das Fertsch. Da wollen wir nicht hin. Hält! Schild gut. Schild gut. So, Blutblick berühren. Ne. Da liegt ein Kaputter. Das muss ich mich daran gewöhnen. Die Kamera ist jetzt auf einmal ein bisschen feiner eingestellt. So, da können wir hoch und die alle verhauen. Wir holen erstmal unten alles, was es hier zu holen gibt. Zeitlimit. Echt. Wer denkt sich sowas aus? Mein Gott. Jeder hasst Zeitlimits. Und... Wenn es dann nur noch so nutzlos ist wie hier... Da hinten liegt noch was, genau. Wenn ich jetzt krepiere, hier mal, dann laufe ich halt da wieder hin. Und jetzt? Nix gewonnen, nix verloren. So, jeder darf mal... ...bitte nicht treffen. Komm mal rein. So. Kriegst du die grobe Kelle. Für deine Frechheit. Oh, oh. Gut. Äh, was? Ich hab keine Zeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, mach die weg, Junge. Gut, gegen ein ultra langsames, ultra schweres Schild. Hat er sogar tatsächlich eine Chance gehabt. Verrückt. Gut, jetzt müssen wir wieder hoch. Äh, und dann... Ja, fliegen wieder leicht durch die Gegend. Moment. War das am Anfang hier nicht alles schwarz-weiß? Und dann... Oder haben sich die Augen dran gewöhnt? Oder war es gar nicht schwarz-weiß? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir können trotzdem mal gleich die Heilung aktivieren, bevor wir da runter... Nur noch Jumbo. Ach, komm. Wehe, du scheiß Nebellichtest dich jetzt. Dann hau ich dich weg. Will ich dein Katzenring? Wenn ja, mich dummt. Gut. Und... Man sei verdammt. Ja, das schaffe ich wahrscheinlich. Was kommt der jetzt hier? Hallo? Kommt der denn her? Oh, der scheiß Nebel. Ja, komm, mach hin. Ich muss mich schon wieder durch alles durchboxen. Ey, das nervt. Ja, mach. Halt noch. Ah. Äh, frischt sich die... Moment. Frischt sich... Nochmal auf Deutsch. Frischt sich die Munition nicht. Ah, ich hab noch die Riesenseele schon mal holen. Ah. Nein, noch nicht. Halt. Oh. Das darf ich da so eine verfluchte Fliege. Das ist wahrscheinlich die gleiche. Ihr wohnt hier. Ach Gott. Ja, Schwäche, Leuchtfeuer. Maul. Moment, wie viel Schuss habe ich? Oh, Mann. Gut. Dann, äh... Äh... Fernkampf. Wenn... Ach ja. Und das Ding ist auch so gut im Arsch. Ach. Leute. Muss das sein? Gut. Dann eben so. Ach, komm. Leck mich. Echt. Feuer. Ach, das reicht nicht mal. Dein Schild. Oh, knapp. So, nicht gut. Oh, ich hab... Ja, ich hab nichts mehr. Okay. So, wenn wir zum Leuchtfeuerchen gehen sollen. Oder kann man da vorbeirinnen? Mir vorbeirinnen bin ich im Arsch. Oder? Hm. Ach Gott. Hoffentlich halten die Abstand, weil... Oh nein, der kommt bestimmt gleich wieder runter. Wir müssen nicht auf die Distanz... ...besiegen. Oh, jetzt darf ich aber in den dicken nachhören. Oh, leck mich doch. Ja, los, bekämpf ihn doch. Fluchte Scheißfliege. Oh, oh. Und don't. Nein? Gut. Ja, hat er getroffen. Ist ja ganz logisch. Ja, genau. Was kaputt. So ist gut. So, während ihr Spaß habt, gehe ich einfach wieder runter. Denn ihr könnt mich alle mal... Ja, natürlich. Ein Dickerchen. Und ich hab die... Na gut. Der ist wenigstens in der Lachnummer. Komm, mach dich weg, du Affe. Äh. So, dann gleich da runter. Und zum Ausgang. Keine Falle. Finde ich gut. Prächtige Lanze. Prächtig, prächtig. Bringt das leider nichts. Komm mal rein. Maskete in Leuchtfeuer. Toll. Krepier, ich möchte da runter springen. Ich hoffe es nicht. Oh. Oh, aber haarscharf. So, komm. Riesenseele. Tschüss. Ade. Ja, ja. Macht ihr mal weiter eure Spiechen. Mich soll es nicht weiter stören. So. Frage. Wo ist der letzte Riese noch gleich?